So schön da gleich. So, jetzt. Okay, guten Abend. Und jetzt wollen wir Ihnen mit einem öffnischen Essen, das heißt Pastille. Weil Emma, sie hat diese runde Formen. Pastille, mit Askerin. Okay? Und wir haben eine gemacht mit Fischsachen und andere mit Hähnchen. Okay? Sogar wenn sie möchte das oder das oder beide essen. Vielen Dank. Ich bin mit Fisch. Also das ist ja ganz was typisches. Das muss ich ehrlich sagen, das mag man entweder oder mag ich nicht.